hallo zusammen thomas hier wenn es ums fotografieren geht bin ich jetzt seit gut 20 jahren mit nikon kameras unterwegs egal was egal wo egal wie ich fotografiere es sind immer nikon kameras dabei die mich bei meinen fotografischen tätigkeiten begleiten und unterstützen ich habe nicht immer alles dabei an foto ausrüstung aber es gibt so drei objektive die bei mir den großteil meiner fotografischen tätigkeit abdecken welche das sind gucken wir uns gleich mal an und jetzt passiert was passieren musste und das heißt für mich dass die kamera durchaus wahrscheinlich demnächst mal als einzige kamera in frage kommt in kombination mit der fuji x e3 die ich auch habe wenn es mal ganz leicht ganz klein und ganz kompakt sein muss ich bin jetzt im juli in lissabon unterwegs eine stadt in der es im sommer durchaus warm wird 27 grad im schatten aber normalerweise wird es dann auch schon mal 35 grad oder mehr und gerade wenn du eine stadt fotografie unterwegs bis zum fotografieren dann ist man nicht immer im schatten dann läuft man teilweise in der prallen sonne es ist eigentlich schon ziemlich bekloppt im juli nach lissabon zu fahren vor allem dann wenn man sich die zeit eigentlich selber ausruhen kann aber in diesem jahr kann ich sie mir auch nicht so richtig aussuchen denn aus den allseits bekannten gründen bin ich die letzten neun monate ganz grob überhaupt nicht weggekommen zum fotografieren zum reisen und zum fotografieren und jetzt hat sich glücklicherweise ganz kurzfristig ein slot im juli ergeben eben leider im juli wo ich dann doch endlich nach lissabon kann denn lissabon steht für mich schon sehr lange sehr weit oben auf der liste der städte wo ich eine fotoexkursion machen möchte um nämlich mit euch schon wenn es geht im nächsten jahr gemeinsam eine fotoreise zu machen genauso in der form wie ich das mit venedig mache venedig die erste reise ist aktuell ausgebucht oder auch natürlich seit vorletztem jahr in paris wenn ihr mitkommen wollt paris da gibt es dieses jahr noch ein paar plätze also schaut mal hier oben in der infocard oder hier blende ich euch das auch ein dann auch im video unten falls ihr mitkommen wollt nach paris und auch gerade in paris mal an orten fotografieren wollte und auch motive fotografieren wollte die nicht schon millionenfach auf postkarten abgebildet sind dann solltet ihr jetzt im herbst unbedingt nach paris mitkommen kommen wir aber zurück nach lissabon also in eine stadt in der es im juli brüllheiß ist die hügelig ist wo man viel rauf und viel runter laufen muss und ich normalerweise bei meinen fotoexkursionen erfahrungsklima zwischen 15 und 20 kilometer pro tag zu fuß zurücklege das wird anstrengend und wenn es anstrengend wird versucht man natürlich die anstrengung möglichst zu vermeiden oder zu reduzieren und jetzt kommt fuji ins spiel ich habe mich die frage gestellt wäre es denn vielleicht eine gute idee statt mit meiner standard nikon ausrüstung nach lissabon mit meiner noch nicht standard fuji ausrüstung zu fliegen zu fahren und dort vor ort zu fotografieren und die stadt zu erkunden und welchen unterschied das machen könnte mit nikon oder mit fuji würde sagen gucken wir mal was ist denn so meine standard nikon ausrüstung die ich generell immer mitnehme wenn ich auf reisen bin wenn es möglichst leicht möglichst kompakt und möglichst platzsparend sein soll das ist einmal aktuell bei mir natürlich die nikon z 72 und ergänzend die nikon z 6 und die nikon z 6 im wesentlichen als backup kamera denn ich bin immer mit backup kameras unterwegs ich habe das schon noch nicht oft zum glück aber schon das eine oder andere mal erlebt dass eine kamera ausgefallen ist und dann ist es mega ärgerlich teilweise sogar fast geschäftsschädigend wenn du dann nicht das tun kannst was zu tun willst oder tun musst und du nicht weiter fotografieren kannst also die nikon z 6 als ersatzkamera als objektive kommen mit das 14 30er weitwinkel zoom das 24 70er weitwinkel auf kurzes telesum und weil es da noch kein nikon z objektiv gibt in der qualität und mit der anfangsblende noch mein fürs fbayonet ausgelegte telesum 70 auf 200 millimeter gemeinsam mit dem ftz adapter damit natürlich dann auch an die neuen spiegellosen kameras passt und natürlich was ich auch brauche was natürlich das gewicht der kamera ausrüstung auch ein bisschen noch natürlich beeinflusst sind akkus da komme ich mit einem akku nicht hin also nehme ich in der regel fünf akkus mit und das ganze wiegt 4093 gramm es ist einiges weniger an gewicht als noch zu meinen spiegelreflexzeiten und jetzt gucken wir uns das ganze mal im vergleich dazu mit meinen fuji kameras an da würde ich mitnehmen einmal die fuji xe4 und auch da als backup kamera die fuji xe3 die objektive die in frage kommen sind einmal das 10 24er weitwinkel zoom das 18 auf 55 mm weitwinkel bis kurzes telesum und das wirddrucksobjektiv 85 mm als teleobjektiv ich habe kein telesum von fuji und ich denke das wird für die reise stadtfotografie lässt aber noch nicht zwingend notwendig sein und das wollte ich mir jetzt nicht extra nur für lissabon kaufen und ich bin ziemlich sicher ich werde auch mit diesem setup ganz gut hinkommen und genauso wie bei nikon natürlich dann nicht nur einen akku sondern in dem fall auch fünf akkus und die fuji ausrüstung die annähernd mit ausnahme des telesooms gleich ist wiegt 2324 gramm das sind 1769 gramm weniger und wenn man es genau ausrechnet sind das 43 prozent an gewichtsersparen sich mal ganz einfach wir sagen mal ganz ganz grob ist die fuji ausrüstung 50 prozent leichter als meine nikon ausrüstung und ich kann trotzdem zumindest von den brennweiten weitestgehend das fotografieren was ich auch mit meiner nikon ausrüstung fotografieren könnte es ist natürlich noch nicht fertig jetzt blende ich euch noch ganz kurz ein der vollständigkeit halber was kommt denn sonst noch mit ist aber unabhängig von der kamera ausrüstung die ich mit nehme das ist also jetzt die ergänzenden dinge das zubehör das würde ich so oder somit nehmen das ist natürlich einmal sind dass die ellwinkel die ich an meinen kameras dran habe habe ich mir habe ich für die fuji xc3 und xc4 habe ich auch jeweils ein ellwinkel den brauche ich zwar nicht unbedingt über tag den ganze ganze zeit aber gerade wenn ich dann doch auch mal in die situation kommen sollte vom stativ zu fotografieren insbesondere auch hochkant dann ist ein ellwinkel natürlich unerlässlich und ich habe den auch normalerweise zumindest für jede kamera was natürlich mitkommt sind die üblichen verdächtigen an filtern polfilter nd filter und in meinem fall auch gerade fürs filmen natürlich dann noch variable nd filter ich werde mitnehmen ein stativ das ist bei mir meistens das geht so traveler keine ahnung was steht unten in der video beschreibung dass ich schon sehr lange habe und dass ich immer mitnehmen weil es ein sehr leichtes sehr kompaktes reisestativ ist ich nehme wie immer da kann ich bis heute nicht darauf verzichten ersatz ergänzend mit einem drahtauslöser für dann doch mal längere belichtung um das ganze dann 100 prozent erschütterungsfrei vom stativ zu machen und natürlich diverse kabel anschlüsse und das ein oder andere akkuladegerät das ist natürlich wie gesagt immer dabei und ich habe vor einen gimbal mitzunehmen denn vielleicht habe ich noch den einen oder anderen tag zeit um auch in lissabon zu filmen das weiß ich noch nicht aber ich denke ich werde ihnen mitnehmen ich werde ihnen rein kriegen und ich werde ihn ja auch den ganzen tagsüber nicht unbedingt dabei haben müssen sondern der kommt erst dann zum einsatz wenn es denn soweit ist also den gimbal nehme ich einfach mal so auf verdacht mit und dann schauen wir mal das ist also mein foto setup für lissabon und erst mal nur ausgehend von der reinen kameraausrufung die wir gerade gesehen haben bin ich mit fuji an der stelle fast 50 prozent leichter unterwegs und weil natürlich die kameras nicht leichter sind sie sind auch kleiner und kompakter brauche ich deutlich weniger platz sowohl beim hin als auch beim rücktransport und natürlich auch vor ort ich kann also eine deutlich kleinere unauffälligere fototasche mitnehmen und ich bin im ganzen unauffälliger beim fotografieren und vielleicht dann auch beim film insbesondere beim fotografieren so unauffällig wie man als tourist in einer stadt wie sabon überhaupt beim fotografieren sein kann